Willkommen zurück zu Slash Royale, und wir starten jetzt einmal die Grundwelt-Herausforderung. Wir haben die, die wir nehmen, 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 die wir nehmen. Wir haben auf jeden Fall alles machen, ja. Die Hüte, ähm, machen. Okay! Hoi! Ja, okay. Wir gucken, ob der Gegner was setzt. Aber bis jetzt scheint es noch nicht zu sein. Nehmen Sie mal an. Okay. Dann kommt er in der Hütte hin. So, dann dürfte ich jetzt die Hütte. Gut. Ja, der Thomas Down, die Hütte macht nicht so viel damit. Aber ich müsse jetzt Down machen. So oder so wäre der Down wie der Laberhund. So, der Laberhund an sich ist ja schlecht. Aber so, die Karte Laberhund, die ist richtig geil. Vor allem wegen den Laberpubs. Und jetzt. Wieder mein Turm restet. Oh, nee. Das macht richtig viel Schaden. Oh mein Gott. Das macht richtig viel Schaden. Aber ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, auf solche Momente wartest du. Der Gegner, der einfach so viel kaputt macht. Okay. Weiter geht's. Pumpe. Muskelzeeren. Gampfholz. Feuergeister. Und Kampfholz. Ich bin gegen. Genial. Die Elixierpumpe. Feuergeister. Und Kampfholz. Genau deswegen hab ich ihm die Skelettarmee gegeben. Genau deswegen hab ich ihm die Skelettarmee gegeben. Der Klon-Sauer in meinem Deck. Okay. Was hab ich denn noch so? Das war ja so nicht okay. Das ist jetzt so simpel mein Deck, wie es auch ist. Okay. Oh, er pusht, er pusht mit einem aggressiven Prinzen. Der macht gar nicht so viel Schaden, der Gegner. Ja gut, wir machen ihm jetzt auch nicht so viel Schaden, aber es geht. Und von der anderen Seite, die haben jetzt alle gespiegelt, ich weiß, wenn ich den ganzen Push klone, das wieder abwehren, das wieder 100% abwehren, aber ich brauche die Feuergeiste zu modulieren, weil genau mit dem habe ich gerechnet. So, jetzt wird's interessant. Ja, das ist nun mal so, was möchte der mit dem Miner, den nächsten Miner werde ich hoffentlich auch verteidigen, den habe ich jetzt nicht so schön verteidigt. Jetzt kommt er mit einem Prinz, er erspiegelt den Prinz sogar, was bringt ihm das? Das bringt ihm ja gar nichts. Wenn wir gucken, wir steigen jetzt noch den allerletzten Push. Dann hoffen wir, dass er durch den Turm darum geht, aber bis jetzt noch nicht. Ich muss auf jeden Fall die Womben zu ihm hin, da geht gar nichts anderes, weil der Push, der klappt bei mir nicht. Und meine Knochen so verbraten. Aber das bringt sich nichts. Wenn wir weiter geht's. Ja, Prinz, das nehme ich mir dann mit. ähm, Eisholam Sperrkohle und der Gegner ich spiel welches Okay, Prinzess wird das easy machen Genau damit hab ich gerechnet So, und was jetzt das Gute an dem Deck ist Du kannst einfach so machen Eisholam Ich setz gar nicht mehr so viel ein, aber es klappt Prinzess wird auf jeden Fall noch 3 Hits raus bekommen Aber schade doch nicht So, dann werde ich mir jetzt den Mager sparen Ich will ihn auch gerne mal hier freezen Dann bekomme ich vielleicht noch ein 2 Elixier raus Ich will ein bisschen Elixier bekomme ich dann noch raus So, für den Ballon So, dazu noch die Sperrkohle Dann reicht das schon Twin ist down Prinzess, muss man mal gucken Ja Er macht wieder das gleiche Weiß ich nicht Weiß ich nicht Kann man das so machen? Oder eher nicht? Nein 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 Es scheint doch So, Rakete noch mal hier hin Dann habe ich den Kampf gewonnen Ja, er wird mir nur noch sehr wenig Schaden machen können So und jetzt Kommt er nicht mehr durch Okay 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 Das ist ja, Mr. Next Man Bye